Hallo und herzlich willkommen auf MOCSCOUT, deinem Kanal für interessante Lego-Sets und spannende Eigenkreationen aus Klemmbausteinen. Wir sind heute wieder mit einem Alternative-Build am Start, nämlich der Modular School, dem Rebrickable Mock mit der Nummer 54840. Das ist ein Alternative-Build zur Tower Bridge zur 10.2.14 von 2010. Das hier ist von 2020, also relativ aktuell und erfreulicherweise kann man es immer noch relativ einfach bauen, denn die Tower Bridge kostet euch gebraucht so zwischen 200 und 210 und original verpackt neu nur ein paar Euro mehr, so 240 Euro, wenn ihr Glück habt. Das ist schön und es liegt auch ein bisschen daran, dass die Teile, die in der Tower Bridge drin sind, eben dann auch hier in diesem Alternative-Build keine speziellen teuren, seltenen oder nicht mehr produzierten Teile sind. Wenn euch das interessiert, ich habe zur Tower Bridge ein Video gemacht, das ist nicht allzu alt, denn ich habe mir die Teile erst zugelegt, um eben diese Alternatives bauen zu können. Da gehe ich auf die Besonderheiten der Steine ein. So, von den 4295 Steinen, die drin sind in der Tower Bridge, werden hier nur 2654 verbaut. Das ist also so ungefähr die Hausnummer dessen, was ihr in einem normalen Modular-Gebäude erwarten würdet. Ihr kriegt dafür ein Gebäude, das ist 34 cm hier hoch, bis ganz oben zum Dach und die Basismaße sind klar, 26x26, wir sind hier auf einer 32x32er Baseplate, aber getrennt, also das sind zwei 16x32er Platten zusammengesetzt. Die sind in der Tower Bridge nur in blau drin, von daher sind die hier auch nur in blau. Das heißt, alle Alternative-Builds zu Tower Bridge sind von der Farbgebung relativ gut zu erkennen, denn es sind nicht allzu viele Farben drin. So, der Designer von diesem Set ist Alberto Wax, von dem weiß ich bisher nichts, außer dass er das hier gemacht hat und auf Rebrickable ist auch nur dieses eine Set ersichtlich und unerkennbar und wir freuen uns auf mehr. Das kann ich euch jetzt schon verraten, denn dieser Designer hat es echt drauf. So, altersgruppentechnisch würde ich hier so sagen, 10+, das ist nicht so schwierig zu bauen, viele Bautechniken sind ähnlich zur Tower Bridge und ihr habt auch keinerlei Aufkleber, das ist schön, das hat das Set nicht und ihr habt nur zwei Prints, das sind diese bedruckten Schilde mit diesem englischen Kreuz und dieser Ritteroptik, die sind innen drin verbaut. Ansonsten hat die Tower Bridge und auch dieses Alternative-Build keine Prints. Das finde ich positiv. So, wenn ihr es bauen wollt, braucht ihr natürlich eine Anleitung. Das ist ein PDF, das kriegt ihr von Rebrickable und kostet euch nur 5 Euro. Das ist ein super Preis und die ist ein bisschen anders, die Anleitung, als man es so kennt oder als ich so kenne. Die ist nämlich einmal schon hochkant. Das ist ein bisschen ein gewöhnungsbedürftiges Format, aber es funktioniert natürlich. Und man hat relativ viele Steine pro Step. Also ihr habt zum Teil 30, 40 Steine, je nachdem wie oft ihr einen Stein verbaut. Man hat aber dadurch auch nur 110 Steps, bis man das ganze Teil gebaut hat. Und das sind ja 1, 2, 3 Stockwerke. Das ist, finde ich persönlich, sehr angenehm, viele Steine pro Step zu haben. So, genau. Also ich finde die Anleitung super günstig, super gut. Sie hat keine Fehler und ich kann sie euch empfehlen zu benutzen. Es ist keine Studio 2.0 Anleitung. Da ist die Auflösung auch ein bisschen geringer. Aber ich kann es nicht erkennen, mit was sie erstellt wurde, aber es ist qualitativ sehr gut. Man erkennt auch immer die Steine, weiß wo sie reingehören. Sie sind allerdings nicht rot umrandet, da wo ihr sie neu einsetzen müsst. Da müsst ihr manchmal ein bisschen suchen. So, wie gesagt, bautechnisch ist das hier ähnlich zur Taubitsch. Zum Beispiel gerade hier diese Rundungen, die hier angedeutet werden oder auch aus diesen Riemenrädern, diesen Technikriemenrädern, diese Rundungen. Das ist im Prinzip analog zur Taubitsch. Ist aber nicht schlimm, denn das hier ist ein völlig anderes Gebäude. So, wenn es um, wie gesagt, die interessanten Steine geht in diesem Set, von denen es eigentlich keine gibt, dann schaut doch mal rein in mein Video zu Taubitsch. So, was kriegt ihr hier? Ihr kriegt ein modulares Gebäude und das ist tatsächlich, wie ihr hier seht, voll kompatibel zu den anderen Modulargebäuden der modularen Serie von Lego. Also das fügt sich super ein in einen Straßenzug. Ihr kriegt ein dreistöckiges Gebäude mit einem Untergeschoss oder ja, einem Erdgeschoss. Da ist ein Empfangsbereich drin, dieser Schule. Im Obergeschoss ist ein Klassenzimmer drin und im Dachgeschoss ist eigentlich nichts drin, außer hinten auf der Terrasse ein Teleskop. Fokus dieses Sets ist definitiv die Außenwirkung. Es ist ein Deko-Set. Man hat zwar auch Innenraumgestaltung, aber die Teile der Tower Bridge, die bieten nicht so viel Spielraum. Die Tower Bridge selber hat ja auch kein Interior. Das ist einfach nur wenig verfügbar dafür, um den Innenraum zu gestalten. Man hat bei Tower Bridge die paar kleinen bunten Autos. Die hat man hier auch ein bisschen verarbeitet, um Farbe reinzubringen. Aber das liegt ein bisschen auch an den Teilen, dass man hier begrenzt ist. Kleine Empfehlung vorweg, dieses Set lohnt sich tatsächlich zu ergänzen mit eigenen Teilen, wenn man es dann gerne bauen möchte, wenn es einem gefällt, um es innen auch aufzuwerten. So, wir gehen einmal außen drumherum. Wir sehen hier eine tolle Fassade und interessant ist hier auch, dass diese großen Teils, diese 8x16er Teils, hier als Gehweg verwendet werden und da werden dann einfach hier Slops zum Beispiel drüber gestülpt. Die sind nicht verbunden mit der Platte, aber die werden gehalten durch ihre Verbindung nach oben. Das funktioniert auch sehr, sehr gut. So, die Tür, wie ihr schon seht, ist eine gebaute Tür. Also ich finde diese Fassade toll. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin von dieser Phase beeindruckt und so ein Gebäude drin zu haben in einer modularen Stadt ist eine Riesenaufwertung. Man könnte jetzt vielleicht nochmal darüber diskutieren, ob man dieses Gebäude vielleicht mit einer anderen Farbgestaltung eben aus den gleichen Teilen, aber mit anderen Farben mal baut. So, also vorne ein kleiner Erker, oben ein schönes Dach mit kleinen Fensterchen. Man muss hier tatsächlich aufpassen, sehe ich gerade hier, diese Slopes sind nicht allzu positiv demgegenüber eingestellt, wenn man an diesen Stellen festhält und dreht. Also ein bisschen aufpassen muss man. So, seitlich sieht es auch ganz gut aus. Keine verrückten Farbexperimente, kann also auch gut alleine stehen. Und siehe da, auf der Rückseite sieht es auch schick aus. Das ist ja nicht selbstverständlich. Das haben ja viele Modulargebäude von Lego auch nicht drauf. Die sehen hinten ein bisschen, ja, traurig aus. Das sieht hier hinten aber sehr gut aus. Wir haben hinten wieder eine große, gebaute Tür und ähnlich schöne Fassade mit ähnlichen Bautechniken. Das ist jetzt nichts völlig Neues, aber ja, es sieht sehr gut aus. Oben seht ihr hier dieses Teleskop auf dieser kleinen Terrasse, die sich da oben anschließt. Und man kann tatsächlich auch hier einen Teil des Dachs auch aufmachen, werden wir nachher auch machen. Und auf der anderen Seite sieht es genauso aus. Und dann sind wir wieder vorne angekommen. Also, wie gesagt, die Außenwirkung, die Fassade, die finde ich super schön. Und wir schauen jetzt mal rein in das untere Stockwerk, nehmen die oberen ab. Das geht hier auch alles sehr gut, sehr leicht. Man muss nur bedenken, wenn man hier ein Gebäude hat, was keine Innenraumunterteilung hat, kann es sein, dass beim Aufsetzen das erste oder zweite Mal des oberen Stockwerks das nicht ganz passt, weil diese langen Strecken hier ein bisschen Spiel haben. Die können sich ein bisschen verbiegen. Da muss man es vielleicht ein bisschen aufbiegen. Also, biegen ist hier relativ ein bisschen schieben und das Material bewegt sich dann auch kooperativ mit, damit das Ganze dann passt. Das ist aber einfach ein Problem, wenn man keine stabilisierenden Wände drin hat in dem Gebäude, dann passiert es einfach. So, also, wir gucken uns noch mal die Fassade von vorne an. Hier ist diese tolle Flügeltür, die auch funktioniert. Wir können da hier rein drücken, dann geht die auf. Die ist jetzt nicht an so vielen Punkten aufgehängt, aber mittig an einem Scharnier und gibt den Blick frei ins Gebäude. So, kreativ ist hier auch die Nutzung von diesen Technikteilen hier als Deko-Elemente. Ganz, so, dann schauen wir mal rein und sehen einen Empfangsbereich. Und hier haben wir dann so eine Art Computerbildschirm, Flachbildschirm, so eine Art Rezeption. Das sind dann auch 2x2 Bricks in blau als Plätzchen zum Sitzen und zum Warten. Ein bisschen grün würde ich jetzt mal als Blumen interpretieren. Grün mit roten Punkten. Man muss natürlich bei dieser Grobheit des Designs schon ein bisschen kreativ werden, manches dann auch richtig zu interpretieren. So, hinten gibt es auch noch meine Tür. Die funktioniert auch. Es ist leider nur oben mit dem Gelenk eingehängt, aber sie funktioniert. Kann man dann hinten rausgehen. So, wir machen sie mal der Übersichtlichkeit halber zu und sehen hier eine ganz, ganz tolle Prachttreppe, die finde ich auch vom Design her sehr spannend gemacht, wie hier diese 4x4 Roundplates eingesetzt sind. Man kann da tatsächlich auch mit Figuren hochgehen und die da drapieren. Das sieht sehr, sehr gut aus, finde ich. Und oben teilt sich diese Treppe nach links und rechts und man kommt ins nächste Stockwerk. So, wir gehen nochmal hier auf die Seite, damit ich euch diese beiden interessanten Ritterfiguren hier zeigen kann. Wir machen dafür nochmal diese Tür zu. Also hier sind irgendwelche Ritterrüstungen. Vielleicht ist das irgendeine Schule mit alter Tradition und da seht ihr diese beiden Wappenschilder auch. Das sind ganz rudimentäre Ritterrüstungen, die hier gebaut sind, aber man erkennt sie dann doch. Was vielleicht ein bisschen stören könnte, sind diese Noppen, die hier aus der Wand rausgucken, die nicht verkleidet sind, aber ich finde es ehrlich gesagt nicht so schlimm. So, also es ist nicht viel drin, es ist viel Platz. Man kann hier viel spielen, aber es ist eben das drin, was man braucht. Ob eine Schule so eine Riesenrezeption braucht, wer weiß. Aber vielleicht war ja in dem Gebäude auch mal was anderes drin und man hat es da jetzt einfach einer anderen Nutzung zugeführt. So, mehr gibt es hier unten drin nicht zu sehen. Wir gehen noch einmal auf die Rückseite. Da sehen wir tatsächlich eigentlich nichts. Da hätte ich noch schön gefunden. Man hätte vielleicht hier nochmal zwei von diesen 8x16er Teils benutzt, um den Boden hier zu verkleiden. Dann hätte es den Deko-Charakter noch ein bisschen mehr herausgestellt. So kann man einfach noch eigenes Geraffel ergänzen, was man da vielleicht gerne haben möchte. Vielleicht irgendwelche Spielgeräte oder sowas auf der Rückseite des Hauses. Da kann man kreativ werden. Das ist überhaupt was, was dieses Set, finde ich, toll ermöglicht, dass man hier Sachen ergänzt. So, Erdgeschoss auf die Seite. Kommen wir zum tatsächlichen Beschulungsraum, zum Unterrichtsraum und schauen uns das Ding noch mal von vorne an. Hier gibt es diesen kleinen Erker und ihr seht schon, wenn ich daran wackele, der ist relativ wenig nur befestigt. Der ist nur mit vier Noppen unten befestigt auf dieser Medium Blue Platte hier und da muss man ein bisschen aufpassen. Das ganze Ding hält und es ist auch gut konstruiert, nur man hat einfach so einen großen Hebel, weil es oben nicht noch mal befestigt ist. Da könnte man eventuell auch in der Konstruktion noch mal verbessernd eingreifen, aber ich finde es auf jeden Fall ganz, ganz toll realisiert. Es sieht sehr schick, sehr gut aus, passt super in die restliche Optik des Gebäudes. So, jetzt gucken wir mal hier oben rein. Ich hoffe, dass der Erker dabei keinen Abflug macht. Ich muss ein bisschen vorsichtig sein. Hier seht ihr jetzt diesen Unterrichtsraum. Also, da sind sechs Bänke mit auch sechs Plätzen, wo man Minifiguren theoretisch platzieren könnte. Wie gesagt, das Set hat keine Minifiguren, von daher müsst ihr da selber welche euch organisieren. Sonst auch viele Noppen, das heißt, man kann hier super Szenen darstellen. Vorne die Tafel, die ist ganz witzig gemacht aus solchen Panels und da seht ihr auch, dass an einer Ecke ein paar Utensilien noch drapiert sind. Man kann nicht so richtig erkennen, was es ist. Das ist so eine 54-200er Zweidrittelsloop in schwarz und eine 1x1-Teil in Dark Red, also Kreide vermutlich und ein Schwamm. So, auf manchen Bänken liegt dann auch ein bisschen was, Bücher und sowas. Kann man sich überlegen, was das ist. So grob wie das hier ist, lässt es der Fantasie hier viel Spielraum zum Interpretieren. Und das kleine Podest mit der Tafel, das ist auch ganz witzig. So, ansonsten wieder nicht viel los. Das ist gerade so das Minimum, was man braucht, um einen Innenraum vernünftig gestalten zu können, beziehungsweise um damit irgendwas machen zu können. Ich persönlich hätte das Gebäude auch toll gefunden, wenn es gar kein Interior gehabt hätte, aber immerhin gibt es was, was dem Ganzen eben auch seinen Namen verleiht. Eine modulare Schule, leider eben nur mit einem Klassenzimmer. So, nochmal der Blick von der anderen Seite. Das muss ich aufpassen mit der RK-Konstruktion. Das Ganze ist hier sehr stabil. Das möchte ich euch jetzt keinen falschen Eindruck vermitteln. Auch dieser kleine RK ist insgesamt stabil, nur eben unten relativ wenig befestigt. Da habe ich schon deutlich weniger stabile Geschichten gesehen, selbst von Lego. So, also, das ist unser Beschulungsraum. Den setzen wir jetzt mal wieder hier drauf. Ja, oder Klassenzimmer. Das ist so die gängigere Bezeichnung. Das passt hier auch alles sehr gut. Und wir gucken uns noch unser Dach an. So, finde ich sehr, sehr gut gelungen. Ein sehr schöner Abschluss des Gebäudes. Und die Bautechnik hier wird euch auch bekannt vorkommen, wenn ihr die Tower Bridge gesehen habt. Das ist im Prinzip analog. Also, er hat hier mit den Bautechniken der Tower Bridge auch mit den entsprechend passenden Teilen tolle neue Konstruktionen entwickelt. So, von vorne hier mit den drei Fensterchen. Relativ unspektakulär vielleicht. Aber hinten wird es dann ein bisschen interessanter. Da seht ihr dann eben auch ein paar Noppen, um hier Figuren zu platzieren. Ein Teleskop, um in die Sterne zu gucken. Und diese Wand hier kann man abnehmen, denn die hängen an ganz, ganz wenig Noppen. Und dann kann man hier reingucken. So, da sind jetzt, wie ihr wieder seht, zwei 8x16er Teils als Bodenplatten eingesetzt. Und das hat so ein bisschen das Problem oder bringt das Problem mit sich, dass es hier keinen logischen Zugang gibt zu den Stockwerken drunter, beziehungsweise man von unten nicht logisch hochkommt, weil es schlicht und ergreifend kein Loch gibt in der Bodenplatte. Seht ihr hier. Und es gibt auch keine Leiter außen. Das heißt, da müsste man vielleicht nochmal ergänzen oder verändern. Vielleicht irgendwie mit einer Bodenluke oder sowas, Dachbodenluke, die man da einbringt und es verändert, damit das Ganze logischer wird. Aber wie gesagt, dieses Gebäude, da geht es in erster Linie um die Fassade, nicht unbedingt um die innere Logik, die sonst auch sehr gut stimmig ist. Also hier haben wir dann irgendwelche Pearl Gold Jumperplates, da irgendwelche Schubladen, vielleicht von irgendwelchen Schränken zuzuzeigen. Links und rechts hier haben wir noch so kleine Bereiche, wo man vielleicht auch noch was hinstellen kann. Also es gibt trotzdem hier Möglichkeiten, noch ein paar Noppen zu nutzen. Und ich finde es auch schön, dass man das so modular aufmachen kann. Es hat dann eher so den Charakter von Stauraum. Schön ist übrigens auch, dass ihr keine lockeren oder losen Teile in dem Set drin habt. Also es ist tatsächlich so, dass man hier nichts hört, wenn man raschelt oder versucht zu bewegen. Das finde ich sehr, sehr gut. Ich bin ein großer Fan davon, wenn es keine lockeren Teile gibt in Sets. Das macht ja zum Teil Lego auch. Mox machen das öfter mal. Ich finde es jetzt keine so tolle Angewohnheit. Bei Deko-Sets ist es eher häufiger, dass lockere Teile verwendet werden. Denn bei Spiele-Sets würde das noch viel, viel mehr auffallen, wenn Teile locker wären und es würde nerven. Also hier unsere tolle Schule in ihrer ganzen Pracht. Kommen wir mal zu einer Zusammenfassung, was wir über diese modulare Schule sagen können. Ich finde, sie sieht super aus. Das ist wirklich die größte Stärke dieses Gebäudes. Das aussehen. Die Fassade ist extrem schön. Die Anleitung ist leicht umzusetzen, gar keine Probleme. Und sie ist günstig. Ich finde 5 Euro dafür, dass ihr dann nachher das hier bauen könnt, ist ein super Preis. Also das ist so kurz vor eigentlich umsonst. Also 5 Euro, absolute Empfehlung. So, der Baum ist problemlos und leicht. Es gibt keine Fehler in der Konstruktion oder im Bau. Habe ich keine gefunden. Rückseite ist sehr, sehr schön. Die Türen funktionieren. Sie sind gebaut. Das finde ich auch immer eine Leistung, wenn man Türen tatsächlich sich selber baut. Und die Innenraumgestaltung, die ist vorhanden, auch wenn sie vielleicht ein bisschen schwach ist. Und mit den beschränkten Mitteln, finde ich, ist sie hier gut umgesetzt. Und insgesamt ist das Set sehr, sehr stabil. Wieder, nochmal als Wiederholung ganz wichtig, ist es, denke ich, ein Deko-Set. Und so muss man es auch betrachten. Vielleicht so ein bisschen auf dem Niveau vom Kaffee-Corner, was von außen sehr schön aussieht und von innen grausig leer ist. Ja, so schlimm ist es hier nicht. Aber der Fokus geht auf die Fassade. Negativ hier ist sicherlich die Stabilität vom Fronterker. Ja, den seht ihr hier schon wackeln. Da muss man echt aufpassen. Ich glaube, jetzt hat sich sogar hier tatsächlich mal eins dieser Seitenelemente gelöst. Ja, muss man aufpassen. Und der logische Zugang zum Dach, der fehlt eben auch. Also da müsste man noch nachbessern. Kann man aber auch, wenn man hier selber kreativ Hand anlegt. So, ich finde, es gibt auch wenig Spielmöglichkeiten. Es gibt schon die Möglichkeit, jetzt ein paar Figuren zu platzieren, die die Treppe hochlaufen zu lassen, dann im Unterrichtsraum. Also Figuren zu platzieren, aber so richtig interaktive Möglichkeiten. Ja, vielleicht ein bisschen szenisches Spiel gibt es hier schon. Also durchschnittlich, aber nichts Besonderes. Zum Spielen, wie gesagt, das ist eher so Beiwerk. So, das sind aber, finde ich, wenig Kritikpunkte. Die hauptsächlichen überwiegenden Punkte sind hier sehr positiv. So, also ich finde, es ist ein extrem schönes Alternative-Bild und eindrucksvoll, was hier so geschaffen wurde. Es erinnert mich so ein bisschen an den wilhelminischen Architekturstil. Ob das jetzt stimmt, vermutlich eher nicht. Ich bin kein Architektur-Fan, beziehungsweise Fan schon, aber kein Experte. So, mein persönlicher Favorit ist das hier von der 10214 von der Tower Bridge. Das ist so das beste Alternative-Bild, was ich bisher gebaut habe. Kommen aber noch welche, die ich noch nicht gebaut habe, aber bisher ist es das Beste. Und ich finde auch, dass es bisher noch wenig bekannt ist. Es ist Ende 2020 rausgekommen. Gut, es ist noch nicht so viel Zeit vergangen, aber ich finde, es sollte noch viel bekannter werden und auch der Designer sollte noch viel mehr Lorbeeren dafür kriegen, was er hier geschaffen hat. Es ist eine große, große Leistung. Und für eine modulare Stadt, finde ich, ist die Fassade ein echter Gewinn. Und ich würde sogar soweit gehen zu sagen, allein für dieses Gebäude lohnt sich der Kauf der 10214, einfach weil sie so günstig ist. Und die Teile kann man ja dann, wenn man es nicht stehen lassen möchte, auch noch anderweitig verwenden. So, den Innenraum könnt ihr anpassen. Kann jeder so machen, wie er es braucht. Insgesamt ist das hier eine echte Empfehlung. Und wenn ihr es noch nicht gebaut habt, wenn ihr Lust drauf habt, wenn ihr auf die Farben und auf die Optik Lust drauf habt, probiert es doch mal aus. Ihr werdet es sicherlich nicht bereuen. Also das ist auf einem Niveau mit anderen Lego-Sets, die man so kaufen kann. So, kommen wir zu einer Wertung. Spielspaß, wie schon gesagt, durchschnittlich jetzt nichts Besonderes. Drei von fünf Bricks. Bauspaß, ja, auch durchschnittlich. Wenn man die Taubridge gebaut hat, sieht man hier nicht viel Neues. Auch drei von fünf Bricks. Stabilität, die ist gut. Vier von fünf Bricks, wie gesagt, kleine Elemente, die nicht so stabil sind. Die Optik finde ich sehr schön. Fünf von fünf Bricks. Beim Preis der Anleitung gibt es nur minimal, quasi Abstriche kann man nicht sagen. Der ist gut. Fünf Euro sind vier von fünf Bricks. Und so komme ich zu meinem Gesamturteil von diesem Mock, von der Modular School, der 54840, wie gesagt, Rebrickable Mock Nummer, von fünf von fünf Bricks. Das ist eine echte Empfehlung, ein tolles Set und sieht richtig, richtig cool aus. Und ich habe bisher noch keine Lego-Schule gesehen. Ihr vielleicht dann gerne mit Ergänzungen in die Kommentare. Das ist sowieso mal super, wenn ihr Kommentare schreibt. Da freue ich mich sehr drüber und beantworte sie auch alle. Also ist die einzige Schule, die ich bisher gebaut habe und die hat mich sehr begeistert. So, wenn euch das Video gefallen hat, gebt die Daumen hoch. Würde mich sehr, sehr freuen. Lasst vielleicht sogar ein Abo da. Noch besser. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder auf meinem Kanal mit dem nächsten Set, dem nächsten Mock oder Alternative Build auf Mockscout.